Das ist Peter. Peter hat in seiner Firma mehrere Konferenz- und Schulungsräume, in denen er Gäste empfängt. Seine Gäste und Kollegen holen Präsentationen, Videos und Office-Dokumente auf das große Konferenz-Display beamen. Hierfür hat Peter den AirServer Connect im Einsatz. AirServer Connect unterstützt jedes mobile Gerät, wie Smartphones, Tablets und Laptops, mit jedem Betriebssystem, egal ob Windows, Apple oder Android. Alle Kollegen und Gäste sind nun glücklich. Petra gibt auf ihrem iPad eine interaktive Schulung. Georg verzaubert mit seinen Windows-Powerpoints regelmäßig seine Kunden. Thomas präsentiert mit seinem iPhone die neue Mobilversion der Firmen-Webseite. Und Pascal spielt über sein Android-Tablet Games mit seinen Kollegen. Dabei muss niemand umständlich Software installieren, eine Klick-Dongle anstecken oder eine Videokabel-Verbindung aufbauen. Wie funktioniert der AirServer Connect? AirServer Connect ist eine kleine Box, die über HDMI an das Konferenz-Display angeschlossen wird. Kinderleicht wird mit einem Wisch und einem Tipp auf Apple- und Android-Smartphones sowie auf Windows- und Apple-Laptops eine Verbindung zum großen Display hergestellt. Neu Dem AirServer Connect gibt es auch im standardisierten OPS-Format zum direkten Einschieben in Displays und Whiteboards. AirServer Connect gibt es auch mit installierten Windows, perfekt für Whiteboards bzw. Displays mit Touch. AirServer Connect unterstützt flimmerfreie 60 Hz auf 4K-Displays und damit sogar die Darstellung von mehr als neun Teilnehmern gleichzeitig. Welche Versionen von AirServer Connect gibt es? Den AirServer Connect? Den AirServer Connect Windows? Den AirServer Connect OPS? Und den AirServer Connect Windows OPS? Alle AirServer Connect Versionen gibt es bei System-Integratoren und Konzept International für nur 599 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Einstundunhalte Die Einstundunhalte Die Einstundenunhalte Die Einstundenunhalte Die Einstundenunhalte Darmungen Die Einstundenunhalte